Musik Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zur 41. Ausgabe von Vendettas Woche Ja, ich habe eine Woche nichts gemacht Heute ist Sonntag und ich habe wirklich eine Woche lang nicht am Rechner gesessen Grunderkältung und natürlich Sonemann Und wir kommen gleich mal zu euren Kommentaren aus der letzten Woche Da war ja Sonemann auch ein großes Thema Und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen Wir fangen heute einfach mal mit Kommentaren an Man kann ja auch mal ein bisschen wechseln Und ich fange jetzt wirklich von unten an ZombieGulaschLM hat geschrieben Auch hier nochmal Glückwunsch Manuel6971 hat geschrieben Herzlichen Glückwunsch zum kleinen Max Auch mit 3x geschrieben, sehr schön Werd mal erst wieder gesund und genieß dein Familienglück Bevor du wieder LPs machst MFG Manuel Langsam wird es besser Aber immer noch nicht gut Also Es ist immer noch scheiße Ich weiß auch nicht warum Köpke Siegel schreibt Gratulation zur Vaterschaft Alles Gute für eure kleine Familie Vielen Dank Svot9966 schreibt Glückwunsch zum Max Zum Max Felix Gubi schreibt Herzlichen Glückwunsch Felix, weniger Let's Place gucken, weniger Tee MFMX84 schreibt MFMX84 schreibt Hey, erstmal natürlich nochmal alles herzliche Herzlichsten Glückwunsch Wird bestimmt ein Knorke-Typ der Max Das Schnittprogramm nennt sich Magic Video Deluxe Liebe Grüße MF Das war in der letzten Vendetta Woche eine Frage Womit MF denn schneidet Da habt ihr es Magic Video Deluxe Ich hatte früher welche In der War das in der Grundschule Oder Orientierungsstufe Da gab es International Superstar Soccer Deluxe Und die haben ja Deluxe gesagt Ich glaube Deluxe Ja, ja Master League Gaming Herzlichen Glückwunsch Und sorry, dass es in der vorletzten Woche Also Vendetta Woche 39 So ein Durcheinander Wegen Meinen Comments Ach, er hatte die Comments, die weg waren Ähm By the way Ja, ich bin schon wieder am Arbeiten An der Website Und ich will mal was mit dir besprechen Solltest du irgendwann mal Zeit haben Hat aber noch Zeit Weil deine Familie geht vor Hauste Ja, der hat Der hat ein bisschen was gearbeitet An der Homepage Habe ich mir schon angeguckt Ich weiß nur nicht Ob sie jetzt gerade schon komplett fertig ist Mario Cook hat gefragt Wann kommen neue DayZ-Videos Ich habe hingeschrieben Kommt Zeit, dreht Rad Das ist ein Song von Von Dendemann Ähm DayZ-Videos Sind immer eine lange Langwierige Sache Und ich muss die Leute dafür zusammen kriegen Und zur Zeit sind alle so ein Dota-Fieber Und ich spiele gerade Oh, habe ich gerade gespuckt? Ich glaube, ich habe gerade gespuckt Wenn ihr jetzt 3D habt, ne Dann wäre das richtig cool So Ich brauche die Leute Und die sind halt alle im Dota-Fieber Und ich bin gerade im Baby-Fieber Und ich versuche selbst Also ich versuche heute mal So ein, zwei Stündchen Nochmal Dishonored aufzunehmen Da gab es auch Kritik Ich weiß nicht, ob die jetzt hier steht Oder ich glaube woanders Ne, ich werde sie gleich hier jetzt beantworten Und zwar das Intro wäre euch zu lang Und das ist auch ganz schön lang Ich glaube, das ist 58 Sekunden lang Da wird ja schon fast eine Minute geklaut Von Dishonored Ich werde ab Video 8 Also dann Video 9 wird das dann sein Wird es einen kürzeren Vorspann geben Und die Frage war auch, warum die Videos so kurz sind Die Videos sind deswegen so kurz Weil es hier bei Vendetta's Homebase ist Und Vendetta Homebase hat einen Strike Deswegen kann Vendetta Homebase nur 15 Minuten Videos hochladen Es tut mir leid Ihr müsst noch zwei Monate warten, glaube ich Dann sollte das Strike weg sein Warten wir es ab Ja, also DZ-Videos kann ich dir nicht sagen, wann die nächsten kommen Zekepi schreibt Herzlichen Glückwunsch Einen süßen Jungen hast du da Der anscheinend auch frech sein kann Wegen der Zunge raus Ich hoffe, du bekommst das auf die Reihe Mit deinem Privatleben Wie immer eine geile Folge Und bedanke mich für den Dota 2 Key Gerne Dota 2 Keys wurden ja beim Livestream rausgehauen Wer ihn noch nicht gesehen hat Livestream Wegen 444 Abonnenten Einfach mal reinschauen, liebe Freunde Ist bei Vendetta zockt Übrigens auf dem Kanal So, Satire Vampire Wird das so ausgesprochen Satirischer Vampir Auch von mir herzlichen Glückwunsch Und alles Gute für deine kleine Familie Mir brennen die Lippen so Die sind auch aufgeplatzt Voll scheiße Jetzt habe ich so Angelina Jolie rosa Lippen Mr. Dillon LP Aha, hast Solo gespielt So, so Glückwunsch für den Stammhalter So wie du es gerne sagst Solo ist die Nasenputzfirma Ich gucke gerade mal Im Mülleimer Ne, ich habe das irgendwie nicht mehr Habe mein Solo unten weitergespielt Ähm Von, von Aldi Die Taschentücher Deswegen Solo Wie heißt das Lied bei Dishonored? Das ist einfach Dishonored Theme Oder Dishonored Trailer Music Keine Ahnung Ähm Ist dieses What shall we do with a rocket sailor What shall we do with a rocket sailor Beziehungsweise da heißt es Drunken Whaler Äh Und dann hat er noch gefragt Die Leute werden mir die Bude einrennen Warum mache ich das nie alles In einem Kommentar Achso wegen äh Wenn ihr noch Dota 2 Keys braucht Fragt Mr. Dill Der hat noch welche Ich habe glaube ich auch wieder welche Müsste mal in meinen Steam gucken Aber ich glaube so 6 sind da Profession99 sagt Alles Gute zur 40. Folge Und vor allem Zu deinem Kind Geile Folge Und Masterly Gaming Dieses Diesmal spame ich nicht So zufrieden Ich war auch beim Livestream Aber Da hatte ich Noch kein Skype Leider Kommen meine Fragen Dann auch vor Oder nicht Da Wurde ich gefragt Ob ich Bob Oder so heiße Und sorry Dass ich doch gespampt habe Also hier unten sagt er Ich spamme nicht Und auf einmal Ähm Dieses Mal spame ich So zufrieden Ich glaube Masterly ist noch nicht zufrieden Weil du ja wieder 4 Antworten hintereinander geschrieben hast Weil äh Ich glaube Masterly hatte letztens Ähm In einem der Vendetta Wochen Bei einigen Bemängelt Dass sie das Video nie zu Ende gucken Und dann gucken sie 10 Minuten Oder 5 Minuten Schreiben was Dann kommt wieder was Dann schreiben sie wieder was Dann kommt noch was in der Vendetta Woche Was interessiert Und schreiben dazu was Erst Video komplett gucken Dann eine Sache losschreiben Ja und er hatte beim Livestream Kein Skype Und konnte deswegen nicht mit telefonieren Kommen meine Fragen auch vor Du hast mir ja auch Fragen geschickt Ähm Ein paar Fragen davon kommen auch vor Keine Sorge So und Greeny Kiwi Hat sich mal wieder gemeldet Da freue ich mich ja Aber die haben wir ja schon lange Nicht mehr gehört Gelesen Gesehen Hey von mir auch nochmal Einen herzlichen Glückwunsch Er ist sooo Verdammt süß Und das Foto von der Lunke Ist ja echt genial Alles alles Gute euch dreien So Äh Ich will euch natürlich noch ein neues Foto zeigen Guckt mal Hier Guckt mal da oben Könnt ihr das sehen Das ist der Max Vendetta Impulse the next generation Yeah Ja Das ist der Max Vendetta Ist das cool Kann auch mal hier Für den Fall Dass ihr die Dame noch nie gesehen habt Vater Mutter Kind So Genug Privatsphäre Weg damit So Ähm Vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche Äh Habe ich natürlich alles weiter Meine Frau gereicht auch Äh Beziehungsweise Jetzt hat sie es hoffentlich gehört Ja Rufst sie gerade Hat sie gehört Hat sie wahrgenommen Die Glückwünsche Vielen Dank Ähm Kind Äh Lässt Meine Frau Noch weniger als mich schlafen Aber man ist echt ein bisschen erschlagen Und ähm Ich hab zur Zeit einfach gar keine Lust Auch von Rechner zu gehen Gerade auch wegen der Wegen der Erkältung Und ähm Was heißt gerade wegen der Erkältung Nein gerade wegen dem Baby Es ist einfach so schön So Würmchen sich anzugucken Und Da will man gar nicht zocken Und wie gesagt Erkältung ist Ihr hättet gerade gar keinen Spaß Großartig bei Let's Plays Weil ich mich nicht lange konzentrieren kann Um nur So zu machen Das ist natürlich total widerlich Und äh Stört dann auch die Let's Plays Ähm Mal gucken Nächste Woche hab ich noch mal Ein bisschen viel Stress Auch auf Arbeit und so Ich muss einfach mal gucken Ich werde sicher wieder Was machen Aber auf jeden Fall Werde ich mich Ähm An Disornored erstmal knallen Weil ich da nicht Meine ganzen Freunde Irgendwie zusammen kriegen brauche Für Für DayZ zum Beispiel Oder für Für Dota Ähm Deswegen Ist Disornored Jetzt erstmal so Mein Hauptprojekt Was ich Durchrotzen möchte Ähm Durchrotzen kriegt so ein Negativ Aber ich find's so geil Das Spiel Also ich will das unbedingt durchspielen Und die Zeit fehlt mir halt Gerade Naja So Dann will ich auf jeden Fall nochmal gucken Äh Ach ja Ich hab ne Frage an euch Und zwar Ganz lustig ist im Kommentarbereich Die ganzen Kommentare Die hier sind Ich geh einfach nur mal durch Die tauchen immer wieder auf Äh Jetzt mach ich mal Seite neu laden Da Wieder Elf Kommentare Jetzt ungelesen Ein YouTube Fehler Der geht einfach nicht weg Und Meine Frage an euch Und zwar Ich habe hier Von dem J.D.L. Network Irgendwas Lachen Lachen Hier Your daily loves Da heißt es doch Äh Ich wurde bei diesem Netzwerk aufgenommen Es fehlt nur noch die Ja ich möchte Partner werden Also YouTube Partner Das könnte möglicherweise Meine Sperre auch komplett aufheben Und Ich könnte Ähm Dadurch so ein Banner machen Wie Wie beim Mav Ich kann das ja mal zeigen Wie beim Mav Hier haben wir den Mav Mavovision Hier der Mav Ne Der hat hier so Livestream Steam Twitter Livestream Steam Twitter Facebook kann man direkt drauf drücken Hat da so ein nettes Banner hier Ne Halt gemacht Das ist schon ganz schön Und Man kann halt ein bisschen Was hier so grafisch Ein bisschen was verändern Und Hat halt hier oben So einen netten Banner Und ja Das ist halt die Frage Soll ich Partner werden Soll ich es nicht Ich weiß es gerade nicht Ich weiß auch nicht Ob mir dieses Partnernetzwerk Wirklich was bringt Ich hab keine Ahnung Überlege ich schon die ganze Zeit Schreibt mal eure Kommentare dazu Partner Ja oder nein Soll ich Partner werden Würdet ihr das cool finden Soll ich es lieber lassen Ich hab noch nicht drauf gedrückt Wie halt gesagt Ja Ähm Das wollte ich halt noch loswerden Dann wollte ich nur noch mal gucken So Wir sind jetzt bei 471 Abonnenten Ihr wisst Der Livestream vor zwei Wochen War bei 444 Ich bedanke mich also Für alle neuen Kleinen Moment Hallo Was ist denn hier los da 444 Nein 400 Alter 471 Minus 444 Ich bedanke mich bei allen neuen 27 Abonnenten Äh Dass ihr den Weg zur Vendetta Homebase gefunden habt Und ähm Bitte seid nicht böse Dass zur Zeit zu wenig Content kommt Ihr wisst ja woran es liegt Es werden auch wieder andere Zeiten kommen Also Habt ihr noch Fragen Habt ihr Anregungen oder sonstiges Schreibt es bitte in die Kommentare Guckt mal bei Facebook rein Da ist auch alles Neue Haut rein Und bis denne Ciao ciao Ciao